Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zum PokéThirst Day. Ja, wie ihr hier schon seht, sind wir im letzten Part hier stehen geblieben kurz vor dem Weltstunnel, wo uns Team Rocket überrascht hat. Schauen wir doch mal, was sie noch zu sagen haben. Vier gegen ein ist ein bisschen unfair, oder? Nicht so schnell. Sieht aus wie Lorelei. Moin. Episch auch die Melodie. Ihr rottet euch zu vier gegen einen einzelnen Jungen zusammen. Das ist unverzeihlich. Keine Ahnung, wer du bist, aber wenn du dich einmischt, machen wir dich auch fertig. Ich übernehme die drei hier drüben. Ja, natürlich, wie zu erwarten von einem Topf hier. Ich hoffe, Labras setzt nicht Eiseskälte ein. Kümmere du dich um den Hampelmann dort. Die Antwort gefällt mir. Packen wir es an. Okay, ich dachte, ich muss jetzt gegen alle vier kämpfen. Aber gut. Aber schön, dass sie die Topf hier auch ein bisschen mit eingebaut haben. Ich glaube, auch im Anime Lorelei. Ähm, Ash kämpft, glaube ich, mal gegen Lorelei. Gegen Rossana, gegen Glorak. Glorak gegen Rossana. Und, ja, Glorak loost ganz schön ab. Aber was erwartet, man. Ist halt eine Topf hier, ne? So, noch ein Doppelkick und du bist down-radikal. 21, 21 für Knofenza. Eigentlich nur noch ein Level, dann entwickelt sich Knofenza. In meiner Erinnerung zumindest. Nein, sogar jetzt schon. Okay. Da kriegen wir unser Ultrigarier. Hallo Ultrigarier und willkommen im Team. Du bist doch nur ein Kind. Wie kannst du so stark sein? Wir waren zu dritt und hatten trotzdem keine Chance gegen dich. Deine Eis-Pokémon sind viel zu stark für einen gewöhnlichen Trainer. Wer bist du? Lorelei, ich bin Lorelei von den Topfieren. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch in Eiszapfen verwandeln. So wie eure Pokémon. Du gehörst zu den Topfieren. Oh, in dem Fall. Rückzug. Ja, danke Lorelei. An dir steckt ein talentierter Trainer. Du hast mich sehr überrascht. Verstehe, du sammelst also die verschiedenen Arena-Orden. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem du dich an der Pokémon-Liga stellst. Wir sehen uns wieder. Na, ich freue mich auch schon. Erstmal jetzt hier ins Poki-Center. Eine Rundumheilung, Schwester Joy, für meine Pokémon. Oh, und wir haben im letzten Part Krabbi gewonnen. Unser sechstes und letztes Team-Mitglied. Dann haben wir auch nämlich den Wasser-Typen abgedeckt jetzt. Fangen wir mal links an. Ich hatte keine Verwendung für meinen Nuget. Deshalb habe ich es verkauft und dafür sage und schreibe 5000 Poké-Dollar bekommen. Alle reden davon, dass in Lavandia Gespenster ihr Unwesen treiben. Ja, ja. Ich bin ein Ast-Trainer und eine ganze Ecke stärker als die gewöhnlichen Pokémon-Trainer, denen du sonst über den Weg läufst. Wenn sich ein Blick mit einem Ast-Trainer, eines Ast-Trainers trifft, hast du besser dich auf einen harten Kampf gefasst. Ja, das ist mir schon klar. Pokémon können abhängig von ihrem Typ im Kampf einen Vorteil oder einen Nachteil gegenüber ihrem Gegner haben. Oh, hier haben wir auch noch eine Trainerin. Ab und zu versuche ich mein Glück in einer Pokémon-Arena, aber ich verliere immer. Was hast du denn für Pokémon? Zwei Pokémon? Ein Evoli. Wenn Evoli Doppelkick drauf hat, dann würde ich mal nach Memorial City zu Rocco gehen. Ah ja, klar. So, Banders mit dem Sternschauer. Und Anton hat bestimmt auch Wasser-Attacken drauf, also den Fels-Orden solltest du dir auf jeden Fall saven können. Bro. Sternschauer. Oder sogar Wasser-Attacken, also da sollte kein Problem drin bestehen, den ersten Orden für dich zu holen. Der Fels-Tunnel ist ein hartes Pflaster. Du solltest ein bisschen mit mir trainieren. Ja, natürlich. Dann zeig mir, was du hast. Zwei Pokémon. Ein Quapuzzi haben wir auch noch nicht gesehen. Schön. Gehen wir mal auf den Sternschauer, wie hier das abzieht. Boah, das zieht gut was ab. Ich wollte jetzt eigentlich mal den Body-Check ausprobieren, aber ich möchte doch beim Sternschauer bleiben. Und da kommt die Hypnose. Na super. Wir wechseln. Auf geht's Pikachu. Auf geht's Pikachu. Wir wechseln. Wir wechseln. Und zwar mit dem Aufwecker. Nein. LOL. Als ob. Ne. Quapuzzi setzt sogar Durchbruch ein. Tauburger, versuch du mal dein Glück. Ruckzuckib! Nochmal den Ruckzuckib. Und Quapuzzi sollte down sein. Ja! Level 26 für Evoli. Wir bleiben. Schon Rassauf. Entwickelt sich Menki nicht erst im 30er-Bereich zu Rassauf? Flügelschlag! Oh, das hat ganz schön viel abgezogen. Wir gehen lieber nochmal auf den Ruckzuckib. Auf geht's! Ultrigaria! Das Rassauf hat es schon in sich. Säure! Ich hoffe, Ultrigaria wird damit fertig. Natürlich! Das Rassauf ist ganz schön hartnäckig. Krabbi, zeig was du kannst! So, Krabbi, dein erster Kampf. Blubstrahl! Dann komm, ein... Ein Tankstor, oder? Nein! Noch nicht mal eine! Du Tankstor? Ich hoffe, du tankst wenigstens eine Attacke. Glut! Puh! Ich hatte nicht gedacht, dass ich jetzt nochmal... was aufgreifen muss. Ah, ich muss eine Beleber verschwenden. Da kommt, Frau Burga. Jowli! Ich muss dich einmal leider opfern. Beutel, wobei ich jetzt auch mit dem Ruckzuckib beenden könnte. Naja, jetzt ist es egal. Supertrank... ...für Tau Burga. Ich sollte mal wieder ein paar Supertränke holen. So, Tau Burga. Jetzt kriegst du deine Revanche. Dein Ruckzuckib-Wert benötigt. Jawohl. Tau Burga. Tau Burga. Level Up. 22. Hast du dir verdient, Tau Burga. Wie ist das eigentlich, wenn die, äh... Wie ist das eigentlich, wenn, ähm... Ja, jetzt mein, ähm... Zum Beispiel mein Knufenza. Ich weiß, ich habe ein Old Regaria schon, aber mein Knufenza ist down. Ich fange ein Pokémon. Und es ist auf einmal Level Up. Entwicke... Würde es sich denn auch entwickeln? Beziehungsweise, ähm... Wieder, äh... HP bekommen? Ich weiß es nicht. Normalerweise ist es so, wenn ich es zumindest ein Sonderbonbon gebe, ist es dann wieder... Ja, zumindest ein, zwei HP hat es dann wieder. Na ja. Hm, 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 hm. Der Kampf hat doch ganz schön lang gedauert. Aber so haben wir... So kriegen wir wirklich wenigstens alle Pokémon auch zur Gesicht. Oh, was war das da gerade für ein Pokémon? Habt ihr das gesehen? Das wollte ich jetzt nochmal sehen. Was war das für ein Pokémon? Ah, ein Ibitac. Okay. Oh, Tragosso, Golbat. Oh, Schutz. Zeit für einen Pokémon-Kampf. Bereit? Los! Ist das so ein Flagmon-Trainer? Oder so ein Pokémaniac könnte das auch sein. Oder Pokémon-Fan. Pokémon-Pokémon-Kostüm wäre schon heftig. Also, Flagmon hast du. Wir gehen auf die Biss-Attacke. Aber das Design finde ich auch schön. So, beende es jetzt aber mit Biss. Jawohl. Nein. Oh. Das war ein Tragosso. Das wollte ich nicht. Okay. Die gleiche Melodie wie bei Pokémon Go. Oh mein, Georock. Alles klar, Bro. Durch würde ich mich nicht anlegen. Zuhause zeichne ich gerne Pokémon. Hat er einen Flagmon? Nein, ein Kangama. Und sogar das kleine... Ähm... Pepey hat eine Animation bekommen. Schön. Doppel-Kick. Und das war der Mogel-Hieb. Okay. Und das ist der Kometen-Hieb. Ja, Moin. Nochmal Doppel-Kick. Doppel-Kick. Ich finde es auch so schön, immer wenn es effektiv ist, oder sehr effektiv, dann vibriert der Joystick. Haben sie auch schön gemacht. So, jetzt beende es aber. Dankeschön. Es gibt viel EP. 書or ... ... Uuuh, einih develier. Save ... ... ... ... Off ... Ha, kommst du gegen meine Stärke an? Weiß nicht, schau mal doch mal. Was hast du denn Schönes für Pokémon? Ein Onix. Double Kick. Da kommt die Slam-Attacke. Aua. Komm, Mevoli. Einmal noch. Jawohl. Nein, Lichtschild brauchen wir nicht. Habe ich... Ja, einen Superdruck habe ich. Okay. 72.000 Pokedollar haben wir. Ja, moin. Kapsel Angriffs Plus. Boah. Blödes Golbatz. Nein. Auf Wiedersehen, Golbatz. Ich frage mich, ob man eigentlich auch immer flüchten kann. Weil manchmal steht denen ja auch Flucht gescheitert oder so. Meine Pokémon werden dich das Fürchten lehren. Doppelkrieg. Vielleicht kriegen wir ja mal einen Georock zu sehen. Eigentlich schon. Und ihr habt das Glück sogar einen Geowatz. Da kommen die Tarnsteine. Und vielleicht werde ich Offscreen... Das weiß ich aber noch nicht. Pokémon fangen. Aber wenn, würde ich das Offscreen machen. Ein Onix. Doppelkick. Ja, natürlich. Grab dich ein. Ich meine, das Projekt... Da kriege ich mindestens 30 Parts draus. Das ist halt 30 Wochen. Das ist halt über... Über ein halbes Jahr. Jawohl. Jawohl. Aua. Ah, Schaufler kann schon fies sein. So. Ein Pokémon hat er noch. Ein Georock. Wir kriegen doch noch eins zu sehen. Kommt bestimmt gleich Finale, oder? Nein, Slam. Oder? Steinwurf. Reicht es aus? Eventuell. Ja. Sollte Evoli sterben, haben wir ja trotzdem immer noch Beleber. Na los, zeig mir, was du drauf hast. Ein Mankey. Mit Sternenschauer sollten wir eigentlich gut dabei sein. Tauburger, auf geht's. Flügerschlag. Jawohl. Ein bisschen dauert das doch, bis sich Tauburger entwickelt. Ich glaube, auf Level 36, ne? Quapuzzi. Das Level 24. Ja, ja, ja. Aber zum Glück kein Quapo. Schauen wir mal, ob Quapuzzi schon den Kampftyp hat. Nein. Aber Quapuzzi kann auch Eisstrahl erlernen. Das ist ja nicht so schön. Da kommt Haburger. Einmal noch. Jawohl. Und den Rest musst du Old Regaria überlassen. Obwohl, warte mal. Vielleicht kriegen wir einen Crit. Hör. Ah, schade. Was ich finde, ähm, was sie auch mal ruhig machen könnten, dass die, äh, Pokémon von den Trainern auch Level Up aufsteigen können, während des Kampfes. Das wär mal was. Rankengebänders, Old Regaria. Jawohl. So, was haben wir denn hier? Drei Superbälle, okay. Beutel. Beleber, 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 Beleber. Hier. So. Wir gehen. Ja, und hier gibt's auch Kankama. Lass mich zur Leiter, Bro. Oh Gott. Hätte nicht gedacht, dass es hier Kankama gibt. Hast du nicht auch das Gefühl, dass dieser Tunnel gar nicht mehr aufhört? Na, ich weiß ja, wo ich bin. Ah, Foucado. Irgendwo die Sternschauer. Bitte keine Verbrennung. Jawohl. So gehört sich das, Evoli. Und Level Up. 27, ne? Oh, stimmt ja. Wir müssen ja nächste Woche noch bei dem High-End-Gaming-Projekt ganz, ganz viel trainieren im Stream. Oh, wenn ich nur daran denke. Bro, dich müssen wir noch besiegen hier. Könnte es sein, dass ich mich hier verlaufen habe? Weiß ich nicht. Wenn du einen Ausgangsfuss komm mit mir. Ich weiß, wo er ist. Zwei Pokémoner da. Eine Onex. Aber mir ist aufgefallen, die Onex haben voll oft Schaufler jetzt. In der ersten und zweiten Gen war das nicht so. Also ich finde es gut, dass sie Schaufler haben. Das ist mehr Attackenvielfalt. Na, aber... Und wieder Tarnstein. Natürlich. Das war ein Crit. Nice! Ein Sandama. Wir bleiben. Sternschauer. Sandama müsste eigentlich auch Sternschauer drauf haben. Nö, er geht lieber auf die Kratz-Furie. Jawohl. Aber er müsste eigentlich gut... Auch Sandama müsste auch eigentlich gut EP geben. Uh, Pikachu Level 19. Na schön. Ich habe das Gefühl, dass Pikachu am meisten EP immer braucht, um Level abzukommen. Oh, und ein Flugzeug. Ich glaube, wir hatten draußen auch eins gefunden gehabt schon, ne? Oder ne, das war im Fels-Tunnel. Äh, im Fels-Tunnel. Im Mondberg hatten wir da draußen eins gefunden. So gut, oder dich haben wir hier noch? Berge und Höhlen sind schon seit jeher mein Zuhause. Tut bloß nicht so, als wärst du hier der Boss. Äh, bloß, ich wollte einfach nur fragen, ob du Bock hast zur Kämpfe. Und ein Wanderstock. Oder ist das so ein Hammer? Ich weiß nicht. Ne, das ist ein Wanderstock. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Äh, Sternschauer. Und früher so, also, ähm, auch mein Opa und so, die hatten früher so einen alten, ja, auch so einen Wanderstock. Und dann sind sie immer von Stadt zur Stadt gegangen. Und dann hat man sich diese Plaketten, so in den Souvenirladen, hat man sich dann gekauft und auf diesen Krückstock raufge, ähm, klebt. Damit man weiß, oder damit angeben kann, wo man schon alles war. Zumindest früher. Ja, okay, jetzt flügelschlag. Jawohl. Ich hoffe, er hat kein, ähm, Stein, Gesteins-Pokémon. Rihorn. Und Regaria, ich verlasse mich auf dich. Und die Stats von Krabbi müssten wir uns doch mal anschauen. Rankenheb. Auf Wiedersehen, Rihorn. Weil Rihorn und Lurak haben auch fast einen identischen Ruf, zumindest in der ersten Gen. Beutel, äh, Beleber für unser liebes Evoli. So, ja. Und ich wollte mir nochmal die Stats von Krabbi anschauen. Ganz vergessen. Achtet auf Geräusche. Okay, es ist sehr achtsam. Äh. KP, okay. Wir sind, ja. Ihr seht schon, wir sind sehr, sehr physische Angreifer. Spezialattacken können wir komplett in den Müll hauen. Oh, Spezialverteidigung. Aber wir sind physische Angreifer. Okay. Dann würde ich sagen, werden wir hier einen Cut setzen. Ich danke euch. Bis reinzuschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Bokeh-First-Day wieder. Bis dann.